Wir haben eine Bestellung von Daniel erhalten und heute zeigen wir euch, wie wir die Bestellung versandfertig machen. Kommt mit! Wir stehen hier bei uns im Fertigteillager und bereiten alle Artikel für die Bestellung vor. Daniel bekommt einmal die LR10-4, die Türscharniere für den 90er Defender, dazu den passenden Schraubenkip, Hecktürscharniere, LR15-4, sowie die Motorhaubenhalter und den Scheibenrahmenhalter. Mit den Artikeln geht es jetzt ab zum Versandtisch. Step 1, erstmal einen richtigen Karton finden, damit wir auch keinen Platz verschwenden. Jetzt kommen alle Artikel in die Box, Spülmaterial und noch die Goodies dazu. Ein Sturmfeuerzeug. Wenn alles so ist, packen wir noch die Rechnung mit drauf und das Versandlabel. Und so geht es ab zum Kunden auf unser Postwegel hier. Und wenn die Post mitspielt, ist es jetzt ein bis zwei Tage bei dir. Ciao! Bis zum nächsten Mal.